Hallo Freunde, wir sind's, eure Houdien und wir können euch sagen, jetzt ist es ja nun langsam bald so weit, dass wir unser letztes Konzert in 2012 spielen. Und das ist nicht irgendein Konzert, sondern das ist ein Konzert der Konzerte, rein akustisch, Weihnachten mit der Familie in Leipzig in der Peterskirche. Und wir können euch nur versprechen, wir haben uns so einiges einfangen lassen. Ja, schöne kleine Geschenke werden wir mitbringen, kleine Präsente für jeden von euch, damit ihr auch wieder nach Hause fahrt und was schönes mitnehmen könnt. Genau. Und dann wünschen wir uns einfach, dass es ein wunderschöner Jahresabschluss wird. Wir haben gemacht und getan, es war ein wunderschönes Jahr. Ja. Ja. Ja, das war ein wunderschönes Jahr. Und ich denke, wir gehen mit einem richtig guten Gefühl ins nächste Jahr. Aber jetzt machen wir erstmal Leipzig, Peterskirche, ihr wie immer dabei. Wir haben schöne Geschenke. Wer noch Bock hat, kommt einfach vorbei, kickt mal in der Abendkasse, ob noch Tickets da sind. Wir sagen euch und versprechen euch, das wird ein unvergesslicher Abend für uns alle. In dem Sinne, eure Houding, Kante, Jershke, bis bald. Tschö.